Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outtakers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, die wunderbare Königin der Radio Morning Shows, Gelinde Jenicke. Hallo, ich freue mich sehr. Liebe Grüße vom gesamten Haus. Das neue RS2 grüßt, jetzt habe ich es gesagt, damit wir auch wissen, wo wir einschalten. Ja, wunderbar. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich immer über schöne neue Dinge. Ja, und du musst ja bestimmt morgen wieder früh aufstehen, um die Hörer zu beglücken. Richtig. Bei The Outtakers geht es darum, um sogenannte Zungenbrecher. Das sind so Fischersfritze, Fisch, Frische, Fische. Kennt jeder, ist mehr oder weniger schwierig. Ich habe hier 40 Karten mit, wir nennen sie Outtakers. Du darfst dir fünf davon aussuchen und ich lese dir jede Karte einzeln zweimal langsam vor, damit du es dir einprägen kannst. Und dein Job ist es dann, diese Sätze zweimal fehlerfrei zu wiederholen. Ja. Packst du das, gibt es für jeden Outtaker 100 Euro. Das heißt maximal 500 Euro und die spende ich dann an eine Organisation deiner Wahl. Gerne. Wollen wir anfangen? Ja. 40 Karten. Welche hättest du gern? Die unteren fünf, bitte. Die unteren fünf. Ja, quick and dirty. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die anderen Schweinereien kommen weg. Ja. So. Bist du bereit? Ja, nochmal ein bisschen einschwingen. Ich bin im Flow. Du bist im Flow. Okay, ich habe fast den Eindruck, du hast das schon mal gemacht. Ehrlich gesagt nicht so sehr. Aber ich mag alles, was mein Gehirn fordert. Also ich bin ja eigentlich ganz froh, wenn ich einen Satz sprechen kann, ohne hinzufallen. Deswegen, ich nehme diese Herausforderung an. Bin aber nicht traurig, wenn ich es nicht schaffe. Nur um das Spendengeld natürlich. Das glaube ich auch. Okay, aber immerhin, an dem morgen früh musst du ja sowieso wieder Sätze reden, ohne hinzufallen. Ja, aber nicht so, ne. Ich fange mal an. Ja. Es lagen zwei zischende Schlangen zwischen zwei Spitzensteinen und zischten dazwischen. Das Geheimnis ist ja, sich das bildlich vorzustellen, damit man die Geschichte nicht vergisst. Eva Habermann hat das auch versucht. Ja, sehr clever. Gute Frau. Kluge Frau. Soll ich es nochmal vorlesen? Ja. Sehr gut. Das sind 100 Euro. Sehr gut. Bereit für die zweiten? Yes, sir. Der ist ein bisschen kürzer. Geht ein bisschen um Landwirtschaft. Aha. Pferde mampfen dampfende Äpfel. Richtig. Dampfende Pferde Äpfel mampft niemand. Richtig. Wäre zumindest ein interessanter Fetisch. Vielleicht ist da ja irgendwas drin, was gesund ist. Der Hund frisst das gerne. Ja, aber das solltest du dir jetzt nicht visualisieren. Also Pferde mampfen dampfende Äpfel dampfende Pferde Äpfel mampft niemand. Pferde mampfen dampfende Äpfel dampfende Pferde Äpfel mampft niemand. Oh Mann. Also Pferde, Mampfen, dampfende Äpfel, dampfende Pferdeäpfel, mampft niemand. Sehr gut. Das ist wirklich, das ist gut fürs Gesicht, ist wie Gesichts-Yoga. Ich finde der Ford... Ich sehe schon besser aus, ne? Man sieht es wirklich. Man sieht es schon, ja. Also es ist, mal sehen, was bei... Wunderbar. Mal sehen, was jetzt kommt. Ich liebe ein paar Karten nach Hause und übe das vorm Spiegel. Wir machen da vielleicht nochmal so ein Gesellschaftsspiel draus. Ja, das ist gut. Also Ravensburger oder sowas. Mal gucken. Oder vielleicht in deiner Sendung. Mal gucken. Ja. Jetzt kommen wir zum Z. Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo. Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo. Ich könnte es versuchen zu rappen. Bitte? Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo. Jo. Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo. 10 Zahme Ziegen zogen, 10 Cent, na Zucker zum Zoo. 10 Zahme Ziegen zogen, 10 Cent, na Zucker zum Zoo. 10 Zahme Ziegen zogen, 10 Cent, na Zucker zum Zoo. Check. 10 Zahme Ziegen zogen, 10 Cent, na Zucker zum Zoo. Yo. Yo, Brother. Oh. Ja, okay. Check it out. Toll. 300 Tacken. Oh Gott, ich muss es jeden Tag machen. Okay. Kann ich jeden Tag kommen? Wie viele Karten sind es denn insgesamt? Fünf. Nee, auf deinem Karpel. Ach so, das sind 40, aber ich habe noch weitere Schweinereien. Aber da ist der Schwierigkeitskröte noch mal ein bisschen höher. Okay. Weil wir wollen ja noch... Ja, wir sind für das erste Mal. Deswegen, für das erste Mal. Wenn du wiederkommst, habe ich... Ich komme wieder, ja. Okay. So, jetzt kommt wieder ein bisschen längerer und ich bin sicher, da wirst du auf deine Grenzen stoßen. Mischwasserfische heißen... Entschuldigung, nochmal. Ich habe das auch noch nie gehört. Das ist auch gut so. Du sollst dich ja nicht vorbereiten können. Nein, ich meine Mischwasserfische. Naja, das... Ich glaube, Mischwasser sind halt... Was ist denn Wischwasserwasser? Ja, das geht schon los. Ich glaube, das ist das, was die BASR mit den Straßen nach Rheinisch. Ja. Also, Mischwasserfischer heißen Mischwasserfischer, weil sie im Mischwasser Mischwasserfische fischen. Hervorragend. Das ist sehr gut. Das ist aber toll. Das nehme ich wirklich mit in die Sendung. Das kann hier mein Co-Moderator, der Big Mo, kann das rappen. Das kann er bestimmt. Das kann der bestimmt, ja. Da muss man einen kleinen Beat drunter legen oder sowas. Ja. Also, da gibt es auch... Ja, da haben wir ja genügend Futter halt eben. Ja. Gerlinde, 400 Euro. Willst du an die Letzte ran? Ja. Okay. Okay. Oh, ich fühle es schon. Der Cottbusser Postkutscher putzt den Cottbusser Postkutschkasten. Aber warum? Warum gibt es denn keinen Postkutschkastenputzer? Postkutschkasten. Ja, wahrscheinlich ist das Schuhputzzeug da drin oder so. Warum muss er das selber machen? Ja, ansonsten wäre der Postkutschkastenputzer wäre das dann. Und nochmal feucht durchwischen, der arme Mann. Der Cottbusser Postkutscher putzt den Cottbusser Postkutschkasten. Der Cottbusser Postkutschenkutscher? Echtenkutscher? Wie? Nee, der sieht besser aus. Der Cottbusser Postkutscher putzt den Cottbusser Postkutschkasten. Der Cottbusser Postkutscher. Putzt den Cottbusser Postkutschkasten. Der Cottbusser Postkutscher putzt den Cottbusser Postkutschkasten. Vorrangig. Vor allem, man muss ja dabei so machen. Ja, einschwingen. Der Cottbusser Postkutscher putzt den Cottbusser Postkutschkasten. Yo. Das gibt mal Mo. Der wird sich freuen. Toll. Ich habe eine Eingebung gehabt. Das kann er nicht. Hier ist der Text. Mach mal einen Beat dazu. Gerlinde. Fünf richtige. 500 Euro. Oh Gott, ist das das Tollste. Das ist tolle Leistung. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass das so einwandfrei klappt. Das sind 500 Euro für dich. Wir spenden die an eine Organisation deiner Wahl. Hast du dir da vielleicht schon Kandidaten rausgesucht? Ja, das geht an die Berliner Obdachlosenhilfe. Es wird jetzt immer kälter und die liegen mir besonders am Herzen, weil ich glaube, dass dieser Schritt in die Obdachlosigkeit einfach ein sehr kleiner ist. Und ich bin zum Beispiel wahnsinnig dankbar dafür, dass ich so ein tolles soziales Umfeld habe, was mich in jeder Situation unterstützen würde. Aber ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die das nicht haben. Und da ist dieser Schritt zu fallen, ohne Hilfe, einfach ein ganz kleiner manchmal zum Abgrund. Das heißt, es könnte dich und mich treffen. Und deswegen liegt mir das sehr am Herzen, weil das sind ja, also ich meine, wir sind ja alle gleich. Und die Vorstellung, kein Zuhause zu haben und zu frieren auf der Straße und angewiesen zu sein auf Almosen anderer, das stelle ich mir nicht vor. Nicht gerne. Und deswegen freue ich mich, dass es an die Berliner Obdachlosenhilfe geht. Das ist eine gute Wahl. Das werden wir so machen. Dankeschön. Das war The Outtaker für diese Woche. Mein Gast war die wunderbare Gerlinde Jenicke. Wie ich wunderbar? Schon zum zweiten Mal bin das ja toll. Aber es ist ja so, ich bewundere dich. Ich bin eigentlich gar nicht so wunderbar. Ich bewundere dich. Wunderlich? Ich bewundere dich. Ja, ja, jetzt kommt der Spruch. Ich möchte ihn so gerne sagen. Und bitte. Ja, und nicht vergessen. Abonniert die Scheiße. Cool. Danke dir vielmals. Ja, gerne. Danke. Danke.